Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Der Förderverein Kunsthalle Vogtland sorgte mit seinen Ausstellungen und Projekten schon öfter für Diskussionen und Aufsehen. Nun gab es richtig Wirbel um eine Fotoausstellung der Kreizer Fotokünstlerin Franziska Barth. Meine Lust mache ich mir selbst, lautet der Titel und darin zu sehen, sind anspruchsvolle Aktfotografien von Menschen in der Natur oder ihrer gewohnten Umgebung. Dem Leiter der Vogtlandkultur GmbH Helmut Meisner war das zu viel nackte Haut, gerade für Kinderaugen. Gezeigt werden sollte sie ab dem 31. Januar im Reichenbacher Neuberinhaus. Helmut Meisner machte von seinem Hausrecht Gebrauch und unterbannt die Ausstellung. Wir stellen jetzt Fotografien der Kreizer Künstlerin Franziska Barth aus, die sehr intime Fotos, Aktfotos zeigt. Dem Geschäftsführer der Vogtlandkultur GmbH war es zu viel nackte Haut und er hat sein Hausrecht, von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und hat es wegen Jugendgefährdung oder angeblicher Jugendgefährdung abgesagt. Auch Franziska konnte es nicht verstehen, genauso wie wir. Wir wollten natürlich die Bilder dem breiten Publikum zeigen und auch Kindern, denn sie sind an sich ein Gegenentwurf zur aktuellen Werbeindustrie und allgemeinen Darstellung von Körperlichkeit. Weil hier werden ganz normale Menschen gezeigt, so wie sie, wie du und ich, in normalen Situationen, in ihrer Liebe, in ihrer Intimität, ohne Weichzeichner, ohne ganz echte Fotos. Und das gibt auch, also aus meiner Sicht ist es sehr schade, denn es zeigt auch Kindern einfach mal, wie die Wirklichkeit ist und kann ihnen auch Mut schenken, so zu sein, wie sie sind. Wir haben in den sozialen Netzwerken und persönlich auch sehr viele Solidaritätsbekundungen bekommen. Wir haben dann mit verschiedenen Personen gesprochen, mit verschiedenen Akteuren in der Stadt. Selbst der Oberbürgermeister hat uns das Rathaus angeboten, was leider zu klein war. Und jetzt befinden wir uns in einem Gebäude der Wohnungsbaugesellschaft, dem ehemaligen Stadtpalast oder auch immer noch Stadtpalast genannten Haus am Solbringplatz. Wir mussten im Haus ein paar Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Fenster sind nicht vorhanden, die haben wir jetzt mit bedruckten Gagen verschlossen, zumindest zum Teil. Natürlich sind die Räume ganz anders als im neuen Haus. Hier haben wir offene Ziegelwände, aber das Haus an sich hat so viel Charme und gibt den Bildern nochmal eine ganz andere Wirkung. Wir freuen uns natürlich darüber und dadurch können wir die Ausstellung jetzt hier im Haus durchführen. Wir haben ganz viel Kraft auch dadurch bekommen und freuen uns jetzt auf zahlreiche Besuche. Die Ausstellung ist jetzt bis 12. April jeden Sonntag von 13 bis 16 Uhr geöffnet oder auch vorherige Anmeldung über die Kunsthalle. .